Muttalks. Ein Podcast der Mutmacherwei. Die machen ganz tolle Dinge und wissen gar nicht, dass sie schon einzahlen in unterschiedliche SDGs. Jetzt bin ich schon 45 Jahre alt und noch immer so begeistert. Und das Gefühl herzustellen, ich bin sozusagen in einer globalen Mitverantwortung. Und es geht nicht um Perfektion, es geht um Dranbleiben. Eine Frage formuliert, die durchaus ein bisschen zum Nachdenken auch einmal ein bisschen provokant ist. Das Allerwichtigste ist, dass wir voneinander reden, übereinander reden. Damit die Communities wissen, worum es eigentlich geht. Und was bis 2030 erreicht werden muss, weltweit. Und wenn ich das transparent kommuniziere, gibt es auch keine Shitstorm. Wie wollen wir arbeiten? Wen wollen wir unterstützen? Das Strautafel kostet 2 Euro oder 5 Euro. Jetzt wird alles gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.